Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Es ist saugeiles Wetter draußen. Man sieht schon hier, dass es wirklich, also es leuchtet hier. Ich musste den Roller ein bisschen runter machen, das hat so geblendet. Und ich habe heute für euch das Card Collector Magazin und beiliegend 5 Extras, nämlich eine limitierte Karte Chopper und 4 original Star Wars Rebels Karten. Na gut, okay, im Prinzip ist es ein Booster beigelegt. Ähm, ein bisschen Werbung ist hier noch. In dieser Ausgabe ein bisschen was über Pokémon, über die Wii U, Dragons, Yu-Gi-Oh, Jurassic World, der Film, und Ninjago. Ähm, hier kriegt man die Zeitschrift am besten auf. So, das eine Booster, wir gucken erstmal hier rein. Was es denn hier für Inhalte gibt. Star Wars Rebels, also das Magazin besteht dieses Mal im Prinzip aus sehr vielen Rebels Karten. Was ist denn hier? Die kommende, das ist die, die nächstes Mal kommt. Auf jeden Fall ist da Ezra Bridger als limitierte, nee, als normale Karte. Ich weiß es gar nicht. Naja. Das Magazin interessiert mich auch gar nicht so deutlich. Interessiere mich eher für die Karten. Ein Star Wars Rebels Booster. Und eine limitierte Chopper Karte. Ja gut, okay, die normalen Karten habe ich leider alle schon. Das bringt mich nicht voran. Eine limitierte Karte. Chopper in limitierter Auflage. Nämlich CCA, Card Collector Magazin Nummer A sozusagen. Ja, die anderen Karten hier bringen mich nicht weiter. Die habe ich alle schon. Ich habe meine Mappenupdate gesehen. Und dann Chopper als limitierte Karte. Wie cool ist das denn? Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Da kommen, glaube ich, noch zwei weitere Card Collector Magazine. Die nächsten beiden Ausgaben ist auch nochmal eine limitierte Karte dabei, soweit ich das weiß.